Herzlich willkommen bei Ubi Tested zu einem neuen Verbrauchstest-Video und ich stehe hier in etwas lauter Umgebung. Ich hoffe, die Umweltgeräusche sind nicht zu laut. Ich stehe hier auf der Tank- und Rastanlage für Holzen West. Und neben mir steht der Nissan Leaf der zweiten Produktgeneration, und zwar genau ein Nissan Leaf Plus Tecna. Das bedeutet, ich habe hier den Nissan Leaf mit der großen Akkubatterie und dem starken Antrieb. Er hat 62 Kilowattstunden Akku, 217 PS stark. Den schicken wir heute auf die Verbrauchsfahrt. Und warum stehe ich jetzt eigentlich wirklich auf dieser Tank- und Rastanlage und nicht an einer Ladesäule oder respektive an der Ladesäule, wo ich sonst immer lade? Tja, da sind wir schon beim ersten Krux nämlich. Und der Nissan Leaf kann schnell laden nicht via CCS, wie die meisten Fahrzeuge, sondern er benötigt den asiatischen Standard Shademo. Shademo ist durchaus sehr, sehr attraktiv, hat auch seine Vorteile, allerdings eher im asiatischen Bereich. Hier im europäischen Bereich hat man sich schlicht und ergreifend auf CCS geeinigt. Dadurch, dass meine Ladesäule, mein Hypercharger nur CCS oder Typ 2 kann. Typ 2 ist hier allerdings mit 6,6 Kilowatt jetzt nicht unbedingt attraktiv zum Laden für eine Verbrauchsfahrt, wo man schnell wieder weiter möchte. Also brauche ich den Schnelllader und damit bin ich jetzt hier in Führholzen-West, da wir hier einen Shademo-Stecker haben. Nämlich, Shademo ist sehr, sehr selten anzutreffen. Die meisten Hypercharger wurden abgebaut und es gibt dann sogenannte, oder die Triplecharger wurden abgebaut. Dann gibt es jetzt nur noch die Hypercharger und da ist eigentlich CCS erste Wahl. Gut, nichtsdestotrotz, jetzt bleibt ihr hoffentlich dran. Kanal abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Video kommentieren, weil mich interessiert natürlich, was ihr da draußen sagt. Das Ganze liken und teilen, wenn ihr möchtet. Und jetzt hänge ich ihn dran und dann geht es mit 80% Ladezustand los. Und dann kommen wir wieder hier an und laden wieder auf 80% und es gibt noch ein kurzes Fazit mit Fahreindruck. Viel Spaß! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir sind angekommen an der Ladesäule und jetzt erster Check. Was haben wir denn hier tatsächlich? Also, wir sind 113,8 Kilometer gefahren, haben jetzt eine Restreichweite von 193 Kilometer und der Akkustand sagt 48%. Jetzt gucken wir nochmal kurz über den Bordcomputer, was der Verbrauch spricht. So, da 14,4 Kilowattstunden haben wir also verbraucht auf unserer Strecke. Jetzt geht es nach draußen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, was steckt denn wirklich hinter dem Bordcomputerwert. Dazu geht es hier wieder an unsere Ladesäule an der Rastanlage für Holzen West. So, Schademo ausgewählt, Schademo-Stecker raus, den drehen wir uns wieder zurecht. So, drauf. Und jetzt wird angemeldet am Hypercharge-System. So. So. Und Schademo. So, Verbindung geht los und das Laden beginnt mit 48% Ladezustand. Wir laden jetzt auf 80%, dann sehen wir uns wieder zum Fahrzeug. 80% erreicht, das heißt, wir stoppen unsere Ladung. Da sehen wir es, 80% geladen. In 23 Minuten haben wir dann 16,7 Kilowattstunden geladen. Damit werden wir jetzt das Ausrechnen anfangen und dann sehen wir uns jetzt gleich zum Fazit. Ich bin hier an meinem Zielankunftsort für euch zum Fazit angekommen. Und am Fazit fangen wir doch zunächst einmal damit an. Schauen wir uns das Datenblatt an, was wir verbraucht haben. Der Bordcomputer hat uns versprochen 14,4 Kilowattstunden. Ausgerechnet wurden es dann an der Ladesäule 14,7 Kilowattstunden. Das heißt, wir liegen in einem guten Punkt, das heißt, der Bordcomputer hat uns nicht beschummelt. Interessant aber, wenn wir schauen, dass der Werksverbrauch bei 18,5 Kilowattstunden liegt im WLTP, liegen wir deutlich drunter und ich bin jetzt sicherlich nicht deutlich anders gefahren. Aber wie hat sich der Nissan Leaf denn überhaupt geschlagen? Erstaunlich gut. Er wirkt irgendwie so ein bisschen, naja, wie soll man sagen, veraltet. Das muss man ganz klar sagen. Er hat leider kein sonderlich gutes Thermalmanagement, denn er hat keins. Das heißt also, wenn ihr vorhabt, mit dem Wagen auf Langstrecke unterwegs zu sein, dafür ist es genau das falsche Auto. Denn der Akku hat einfach ein Problem, dass er nicht richtig gekühlt wird, weil er keine Flüssigkühlung hat. Das heißt, er heizt sich sehr stark auf, wenn ihr ihn schnell ladet und wenn ihr ihn schnell bewegt auf der Autobahn. Dieses schnell raus, schnell rein. Das mag er einfach nicht. Da braucht ihr ein anderes Fahrzeug. Genauso, wenn ihr auf die neueste Technik, auf das neueste Layout Wert legt, Touch-Bedienung oder Ähnlichem. Da ist der Nissan Leaf auch nicht der richtige Partner. Im Gegenteil, er ist im Innenraum einfach eher rudimentär. Das muss man ganz klar sagen, mit analogen Geschwindigkeitsanzeiger, einem einfachen Display ohne Schnörkel mit Anbindung für Apple CarPlay. Er fährt sich äußerst entspannt und das rechne ich ihm sehr an. Das Fahren ist nämlich richtig, richtig gut, was Nissan Leaf hier macht. Ganz vorne das E-Pedal. Das E-Pedal ist tatsächlich dieses One-Pedal-Feeling. Ihr fahrt nur mit dem Gaspedal. Könnt ihr alles fahren im Endeffekt oder 95% der ganz normalen Strecke könnt ihr nur mit dem Gaspedal steuern. Das heißt, durch die starke Rekuperation, die der Wagen ermöglicht mit dem E-Pedal, habt ihr die Möglichkeit, quasi ohne das Bremspedal zu benutzen, zu fahren. Auf meiner Verbrauchsstrecke etwa musste ich nur einmal das Bremspedal anrühren. Ansonsten konnte ich alles mit dem E-Pedal wunderbar abfahren. Und das ist eigentlich auch das Geilste, denn der einzige, den ich kenne, der das nur noch so bietet, das ist der BMW i3, der das auch so gut kann. Der extrem stark rekuperiert, der auch extrem stark auf das Gaspedal reagiert und mit dem du das perfekt dosieren und steuern kannst. Das gefällt mir richtig gut. Auch das Fahrwerk ist schön abgestimmt. Im Gegensatz zu vielen anderen Elektroautos, die eher straff sind, kommt der Nissan Leaf mit einem sehr angenehmen, komfortablen Fahrwerk daher. Das heißt also, er verwöhnt tatsächlich auf normalen oder schlechteren Straßen mit einem guten Federungskomfort, was man so eigentlich auch bei Elektroautos kaum kennt. Beim Preis muss man ganz klar sagen, 35.000 Euro kostet der kleine Akku, den ich euch nämlich auch empfehle am Ende. Denn der kleine Akku reicht völlig aus, auch für eine Reichweite von locker 270 Kilometern. Und der große Akku, den ich hier habe mit seinen 62 Kilowattstunden, der, so wie er da steht, kostet übrigens 41.800 Euro. So habt ihr da einen guten Einstieg in die Elektromobilität. Wer ein Elektroauto schon kennt, der wird wahrscheinlich nicht auf den Nissan Leaf gehen, der wird auf ein neueres Fahrzeug gehen. Verbrauch ist gut, Fahrwerk ist gut, E-Pedal ist geil. Einzig, naja, Optik muss man halt mögen. Man muss es mögen, dass der Wagen insgesamt einfach ein bisschen alt wirkt. Aber ansonsten passt eigentlich alles. Jetzt hoffe ich, das Video passt. Jetzt sind wir beim längeren Fazit gewesen. Ich würde sagen, schreibt mir unten in die Kommentare, was ihr zu Nissan Leaf denkt, was ihr zum Verbrauch von Nissan Leaf sagt. Wie ihr so drauf seid, würdet ihr den Nissan Leaf kaufen? Wenn ja, warum und warum nicht? Solltet ihr ein komplettes Review zu dem Wagen haben wollen, das habe ich für den Kollegen Bernd Konrad auf Autonotizen gemacht. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Videobox. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr noch den Kanal abonniert, hier ein Like gebt und gerne das Ganze auch teilt. Und somit sage ich jetzt Tschüss und Servus, euer Ubi. Auf Wiedersehen, mit dem warteigung ab und sage ich noch tolle Webben. Übersehen, wenn man alles auf den Kanal, oder in in das Kanalに Stelle beherbt würde. Untertitelung des ZDF, 2020